Die Vorländer auf der zweiten Position noch einmal, die Vorländer auf drei Ende der Racing. Das sind sture, das sind sture. Ja! Einfach Mal hin. Das wird noch einmal um die Richtung der Freiburg-Zimmerheimer in Sieg zum Rassel. Schauen wir einmal, wer das Team am Ende für sich entscheiden kann, wie das ein Staatsgesieg für den Team Salz mit seinem Fahrzeug. Das wird er sich nicht mehr nehmen lassen. Wir haben den Platz hier für den Finschmeinz. Auf 2, auf 3 haben wir Andy Carressing mit der Mariensteuer. Und der dritte Platz hier auch noch einmal vergeben. Der vierte dann Andy Carressing mit der Mariensteuer.